I just need one more person to hate me time, 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 assholter, bang, no good bester For the hell of it Wir sind heute mit dem Charles von Outlabeled. Für wen nicht kennt Outlabeled aus einem Streetwear, Klederverkäfer, Hersteller, Dinamant, auch Designer wie den Charles. Und ich wollte ihnen erzählen, wer jetzt hier abzustand kommt, mit dem ganzen Aufhängige Kleder zu verkaufen, bis er so kommt. Es war schön, dass wir in 2011 waren. Ich meine, wo die Zehn, so mein Bruder und mein Schaub besser rausgingen, habe ich Jeremie kennengelernt durch ein guter Kollege. Und nur das Gefühl, was er gemacht hat, mit zehn Kledern, das habe ich immer noch bei mir gedacht. Mein Kleder gefällt mir nicht so richtig, da war ich so okay. Vielleicht probieren wir es jetzt selber. Und dann, dass irgendjemand, der doch bei uns findet, mit denen die Kleder dann noch keiner mehr gut findet. Und ja, da habe ich mich da ein bisschen informiert, was wir ein Programm machen können. Und dann habe ich die echte Designs gemacht, habe mich da beim Druckmester gemeldet. Und du hast da so zu stehen gekommen, da habe ich beim Druckmester hingegangen. Und nur mal die echte Sache schon gedrückt. Das habe ich gesagt, ich meine, vom echten Design, bis das alles fertig war, war es vielleicht zwei Minuten. Das ist am Anfang relativ schnell gegangen. Aber da muss ich mir immer ein paar Ideen an den Kopf kommen, dann kommt man da einfach immer relativ schnell, alle drei Stunden, dann bin ich auf etwas. Ja. Also für drunter schaust du noch Design oder mal Zeichnen für dich, oder hast du dir lang angefangen, durch die Kleder überhaupt Design zu zerstellen? Zeichnen, ja. Aber das klang kann ich auch immer so. Aber so richtig Design tun ich dafür drunter noch gut. Und da bin ich jetzt zu einer ganz neuen Welt, für mich für drunter so ranzukommen. Und nur die sich selber ein bisschen beibringen mit YouTube, alles mit Tutorials. Und ja, nee, das war... Ich hatte am Anfang nicht wirklich viel, da bin ich am Hut für drunter, nee. Natürlich war das vom Geriwiesinger Inspiration gekommen, wo es dann allein das Design abgestaltet ist, und dann ruft mich da gar niemand zu ihm. Wie ist das dann alles angekommen am Anfang? Ja, am Anfang, das ist schwer. Ich meine, wenn ich meine Sachen gucke, dann fand ich selber, dass die ein bisschen werk waren. Aber ich meine, ich fange immer klein an, und dann entwickelt sich das, das entwickelt sich. Aber am Anfang war es aber schon so, dass ich für meine Kollegen immer den Support habe. Und von den Leuten, die auch wirklich wichtig haben, dass sie hier eher schmählen und so tun, für gute Kollegen. Und auch Entourage für meine Familie, die sich auch immer dafür begeistern und dann immer so tun. Oh, der Tod ist flott, aber vielleicht kannst du den Tod probieren, oder so. Immer so kleine Feedback. Aber das ist einfach am Anfang relativ ganz... Also, das muss ich tun, und das tut mich überrascht, dass ich es so gut tun kann. Und das ist relativ schnell auch... Ich sag so, für das Verhältnis, das ist relativ schnell auch abgegangen. Ich meine, innerhalb von einem halben Jahr, einfach weil ich schon den Online-Shop war, weil einfach so... der Feedback einfach so gut war, weil wir mit Corona noch ein bisschen improvisieren mussten. Mein Feedback war aber schon wirklich gut. Und ich war wirklich überrascht, und ich war wirklich... erstaunt, dass die Leute auch so... dass es ihnen so gefallen würde. Es ist okay viel, dass man generell von jungen Leuten der Lützebeuer Lokalproduktionen an alle Bereiche nur kommt, weil der Rest von der Welt auch schon mit... zum Beispiel zum Punkt der Musik, weil der Rest von der Welt schon etabliert wird, um sie mit dem Gängen zu kommen, wo es die Mittel, weil wir schon ganz nach ganz Lützebeuer Musik laufen, und wo es sich gut Musik, guter Content... Und wirklich das Tweet, wo er ganz offen hat, Rapmusik über Musik an Verbindung brüchelt. Meinst du, dass der Wandel dann doch auch an der Kleder-Sweetleute abkauft? Weil, notamant, kenne ich den Rebound-Shop von Freya, weil die Südware verkauft, und in Stitch wird die Südware verkauft, natürlich Palazzo Parano, weil die Südware verkauft. Aber sonst, Lokalproduktionen, weil auch keine Kettengeschäfte sind, die einen Südwarekern abkauft werden können, ist auch kein. Meinst du, dass du wirklich den Atteridor hast, dass es lokal produziert, auch von einem jungen Menschen? Ja, safe. Also, ich denke, das mit den Rappern zu machen. Ich denke, dann brauchst du den Besiden, die Leute bei der BLL aufgefangen, dem Scope singen T-Shirt zu drohen, und die Leute, die auf einmal den Namen haben, in Scope Palazzo Parano, oder das so rumgehen, und die Leute dann singen Lieder auch. Und auf einmal, wo es ganz, wo die Rappszene schon mal besteht, da ziehen auch schon ein paar Leute aus Litzbüch. Und so geht das rum. Ich denke, dass es mehr gut möglich geht, wenn ein Rapper zum Beispiel ein T-Shirt oder Pullover geht für ein Video, und der pusht das. Und so kann ich das nicht auf der anderen Seite helfen, denn der kriegt Kletz-Kleder, der andere kriegt Promo. Das ist eine Win-Win-Situation. Aber ja, ich fand definitiv, dass heute Litzbüch gepusht gehen muss. Wir haben extrem viel kreativ gehabt, aber das ist einfach die Mentalität von, ich bin in der Schule, du gehst studieren, ich bin in der Schule, du gehst studieren, ich bin in der Schule, ich bin in der Schule, ich bin in der Schule, dann kann ich meine Freiheit genießen. Aber das ist einfach, ich muss die Jungen pushen, dass sie auch ihre Kreativität ausleben. Und da gibt es so Shops wie Stitch, die dort mit Jeremie, mit Zorn und mit Antoine schon gut geholt wurden. Es ist spannend, dass sie ruhig nach mir gucken, was es so gut wird. Für mich, localartisten pushen und nicht immer so, ich weiß nicht, die neuesten North-Race-Kollektionen tun, die sie keinen für in der Schule haben. Und vielleicht auch noch mehr die Jungen die Chance geben, hier Kleder zu weisen. Weil sie wirklich frische Brands sind, die hier oben gekommen sind, wo sie wirklich pushen können. Und wenn es ist, dass sie so Shops sind essentiell heute zu Lundsburg, mit der Community, das klingt. Aber wenn man sie zusammen pushen, dann kennt man da schon etwas großes OP-Stellen. Hast du generell gefühlt, dass die Jugend viel mehr von der traditionellen Shop-Methode aufgeht und ihr habt eine Kreativität? Definitiv. Ich gesehen, den Wandel wirklich ganz, ganz stark. Vorher war der tote Ball nicht mächtig. Die Eich, die Matz dabei waren, die Vorklower, die mit einem Rap-Grupp angewandelt tun, was Vorkleder einfach Kochkleder machen. Zum Beispiel die Vorklower ausbrechen. Ja, weil Deluca hat alles angefangen, mit Vorklower. Die Vorklower verkauft sich auch für kurz im Gewürgen an den Wühltag von Thun. Das war auch für die Jungen, die sich mit einem Kleder anschauen, was du hast. Das ist genau das. Ich meine, du hast auf Instagram gesehen, hast du auch schon die 1.200 Hohlen. Aber innerhalb von zwei Jahren. Natürlich mit Corona ein bisschen ... Das ist das, was ich mich frage, dass du mehr im Online-Shop hast. Wie in Zukunft die Kaffeehalle läuft. Die Jungkaffee im Internet spielt das für dich, die sich eigentlich digitalisiert. Paraporte zu traditionellen Geschäften, die sich nicht digitalisieren, die dann immer gehen. Wie gesagt, du hast dich super adaptiert, auch von den Fotos hier. Das Selfmade, das Musik an den Keller, wo die Kleder stehen. Und du hast schon mal gute Leute zu tun, dafür guten Promoschutz zu machen, wo das professionell ausgesagt. Du bist so innovativ. Das wäre das wirklich an der Jugend gut gesehen, als eine neue Generation. Das ist die Innovation und Beretschaft, da auch nicht zu funktionieren wie die Tradition. Wie gesagt, du die ganze Masche. Bei mir war es so am Anfang. Es war zum Beispiel die Kui, wo ich dann gesagt habe, okay, meine Kollektion droht, zwei Wochen frei ist. Und dann kriegte ich dann so viele Messagen, vielleicht ist mir meine Schule doch, reservieren wir den, reservieren wir das. Und dann habe ich an die Schule gestellt, an die Entree von unserer Schule. Und dann habe ich die Küche nicht gestellt, und ich wollte das auf die Kaffee und dann auf die Kaffee. Und dann habe ich schon Leute, die es reserviert hätten. und dann habe ich schon ein bisschen Zeit gelohnt. Und dann waren dann halt so Leute für Setsam, wie es auf Premiere und dann einfach Cash an der Hand. Und dann zwei Wochen drauf kamen 20 Leute, man denkt, ich kledere die Schule, das wäre cool. Melodischen Online-Shop, was das so Männer. das ist halt immer so das, die die Leute, wo Setsam sind zum Beispiel, die dann 30 oder 20 Euro von Taschengeld nach Übrich holen. Und dann sagen sie, okay, das T-Shirt ist cool, komm ich kaufe mal den. Die Leute gehen nur nicht zum Beispiel die Momfruhe. Wahrscheinlich geht mir groß, dass die Momfruhe nicht mehr einen Kreditkarte für den Kaffee, weil das ist unnötig, du brauchst ja vielleicht nicht. Du wirst da schon so ein bisschen beschmieren können. Die jungen Leute, die verlieren ein bisschen, weil die, aber zum Beispiel, die Kontakt gehen, mit Leuten, die so ein bisschen mehr bekannt sind, auf Instagram, oder zum Beispiel, die Hunderten Gäste, auf Events da zu sehen. Dann mit den Leuten zu sprechen, und du wirst da ein bisschen verloren gehen, dadurch, dass die Leute mit Corona als mehr zum Beispiel im Online-Shop kommen, aber dann die Möglichkeit für ein Tausland mehr zu machen. Du wirst dann aus Deutschland, aus Frankreich, auch aus Frankreich, teilweise an. Da, dass du zum Beispiel auch viel positiv wirst, dann nehmen wir das negativ, das in verschiedenen anderen. Also du verleihst Leute, du gewinnst aber auch. Und ich beginne schon nach Valet, weil ich mache ein Event, wir können einen DJ machen, wir können lauter Sachen machen, und die Leute kommen alle gut, und haben einen schönen Tag, weißt du so. Aber in dem Moment das ist eben nicht möglich, und du wirst ein bisschen so die Alternative aufgreifen. Klar. Ja. 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 Weil du weißt, wo du ins hinkommst. alles problemlos, natürlich mit direkten Kontakt. Das kann ich selbst ausschalten. Auch für die kleine Ärzte, wo sie schön zu gehen. Auf den, wenn sie nicht geschickt wollen. Ja. Das, das ist doch unmens, vom viel zu lassen. Saute. Wie ist das überhaupt für dich? Hast du überhaupt eine Prämie? Also nichts, wenn du eine Prämie hast. Wie ist das überhaupt für dich juristisch? Hast du da einstgegangen? Hast du da viele Unterstützung? Weil du nicht immer übersichtlich von einer Unterpreise gehst, weil du alles beachten musst, was die Rechnungen nehmen musst. Wie du siehst, was für eine Schule gekauft ist, wenn du eine Unterpreise gehst, musst du alles nachher ummelden. Wie würdest du eigentlich an einem Studenten, das in den Schülerleben nebenbei für die Selbstresponsabilität zu bauen? Aber im Moment ist es so, dass ich heute Nacht nicht ummelde, weil es gibt die Regeln hier im Land, dass wenn du 60.000 Euro machst, dass du nicht ummelden musst, weil es da noch nicht an ihrem Radar passt, weil sie da so, und das hat keinen Wert für dich, irgendwelche Steuern aufzuzählen, weil du bist noch so klein. Das bringt das nicht. Und wenn es bewegt mich noch in dem Bereich, dass ich das noch nicht ummelden muss, noch nicht deklarieren muss, sobald ich etwas verkaufen und verkaufen, schreibe ich alles auf den Tisch. Wenn ich denke, ich gebe eine Melde, was musst du tun? Mein Buch kann ich alles aufweisen. Der Ton, ich verkauf, der Ton, ich verkauf. Das war ein geregeltes Bereich. Ich meine, das muss ich machen. Sonst verlieren wir uns selber den Überblick. Man hat dann kein Problem gehabt. Man hat natürlich viele Leute zusammen gesagt, auch mit guten Kollegen, die sich extrem gut auskennen. Man hat auch geguckt, wie es am besten wäre, als Individu zu melden oder eine SRLS zu machen. Sobald ich die 16.000 Euro depassieren, werde ich den SRLS ummelden. Egal, wie sieht man im legalen Bereich, man hat das nur noch gewährt, um zu melden. Das ist nur das Make-up, wieso sich dafür an. Solange wir es nicht an dem Bereich von den über 16.000 Euro befanden, wird das noch gewährt. Klar, also organisatorisch, das war das Risiko, wo ich gesehen habe, bei jungen Leute unter Prise grinnen, wo sie viel Geld verdient haben, dass sie sehr überhanden verlehrt, dass sie sehr, ich habe es in der Zeit, wie ich nicht mehr weiß, wo die T-Shirt-Diener sind, dass sie unter Prise scheitern, einfach weil die Leute nicht ähnlich sind, weil sie zu jungen sind, wenn sie keine Unterstützung haben. Ich habe gesagt, bei dir ist das organisatorisch, aber du bist nicht von mir. Du weißt ganz genau, wie es ist. Du musst ummelden, du musst melden, du bist aufgesichert, das ist natürlich. Ja, mein Vater hat mich auch gut geholt, weil ich als Ekonomist, und ich war direkt bei den Journalen und all die Sachen gelaufen für die Gestaltung des Betriebs. Mein Vater und noch andere Kollegen die mir da geholt habe. Eine Idee wäre ich wahrscheinlich auch nicht, wo ich den organisatorischen Bereich Allein ist das extrem scheuer. Wenn es nicht ganz dankbar ist, dass ich viel Leute tun, die mir da helfen. Wie wäre das mit dem Startkapital? Hast du einen Deal mit dem Druckmischter oder kannst du eine Mischung bestellen, dass du so viel Geld verschleunst oder wie hast du das finanziell für das Startwerk? Hast du Leute, die man gefunden ist, wo Leute investieren können? Oder musst du viel suchen, und du musst viel drauschen, um zu finden, oder hast du das gemäßt? Das ist eine witzige Geschichte, als ich war bei meinem Bub, als ich ihnen die Sache erklärt habe. Mein Bub, er unterstützt mich auch bei allem, was ich meine. Und er hat mir echt 100 Euro in den Grab gedreht und gesagt, das ist das Startkapital. Und mit dem Druckmischter zu tun, war es mehr so, weil ich auch ganz dankbar bin, dem Band, also die von dem Druckmischter, dass sie gesagt haben, das ist dein echter Job. Wir reden da unten, machen in diesem Bereich, weil du weißt ja nie, wie du kannst. Du weißt ja nie, wann ich noch nie etwas gemacht habe. Wir probieren mal an dem Bereich. Und dann haben sie gesagt, du musst nicht direkt bezahlen, du verkehst mal alles. Und dann, zwei, drei Monate, wenn du zu heran hast, bezählst du alles. Ohne Stress ist gar kein Problem. Und du hättest zu, noch einen oder anderthalben Monat, oder so hättest du zu heran, und dann konntest du die bezahlen. Und seitdem, ich mache die dann auch immer, weil, das Problem ist, du kriegst Kleder, dann musst du mal das Shooting, und dann siehst du den Job, und da hast du die Sachen direkt bezahlen. Natürlich bleibt immer in allen Kollektionen ein bisschen übrig, aber es geht nicht durch, eine Rechnung von bald 2.000 Euro zu bezahlen. Und du willst, sowieso ist sie, okay, hast du keinen Stress mit deinem Job, mit dem Shooting organisiert, Also, wenn du dazu heran hast, beziehst du alles. Du willst, da gibt mir keinen Stress mehr. Und, ab wann nicht, man sollte schief gehen mit einer Kollektion, weil ich mich verdun habe. Und mit der Produktion, das hat mir auch schon geschieht, die mir helfen, das sind dann meine Eltern, die mir dann helfen, und dann können ich schaffen, und dann beziehen die so herum, oder so, oder holen wir dich vom Taschengeld weg. Aber, also, du musst den Hands da fehlen, eigentlich an der Leere, den du hast. mir egal wer, ich habe den Support, entweder von meinen Eltern, oder den Doktor nicht, den man entgehen könnte, den man da sieht, man hat ja keinen Stress bezahlt, wie man denkt, wo kriege ich den so heran, und dann ist das gar kein Problem. Das ist exzellent, weil, das ist auch als junge Menschen, aber evident, wenn man eine gute Idee holt, wenn die Leute direkt auch gut hinzufügen, wenn man ein Dato heranzustürt, wenn man an der Schuler vom Taschengeld praktisch eine Sache mischt. Das ist natürlich ganz wichtig, das finde ich natürlich super, das Initiativ von ihnen, dass sie dann da auf die Suche werden, weil du mir da hast, dann der ganze Gehalte von der größten Produktion angekurbelt. Und du sagst, momentan halt, ob wir die Qualität schon in deinem Befinden haben, weil die Möglichkeit durch die Möglichkeit herrscht, dich auszutoben. Also, wenn das nicht wird, dann weiß ich auch nicht, wie es gemacht hat, zum Beispiel für verschiedene Shootings zu bezüllen, weil, du konntest auf die Suche von der Produktion ein bisschen verzichten, und hat dann aber die Suche von der echten Kollektion zum Beispiel, wie wir sind, konntest du auch investieren, dann durch das proprio Shootings, und dann, 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 die hat, dann, du hast also, da, könnte, und heute hat man lieber ein bisschen mehr einfacher gemacht. Dadurch gesehen, wie es uns aus Qualität kommt, konnte jeder noch hochgehen. Klar, du hast mir gezählt, dass du wahrscheinlich schon in diesem Bereich studieren wirst, weil ein Kleider sieht halt schon super aus, fand ich, wie das ist super. Man weiss ja gleich schon noch pro Stück. Andererseits noch ohne Diplom. Also ohne etwas zu studieren, wenn du dann erstmal Designs zu dir gehörst, dass du dich lobte, Geschmuckfröscht, was sind so die Plane oder Primär? Ich war nur zu Basel beim Schirme beim Scope, weil ich Hindu Fashion Design Master studiert. Und ich habe gesagt, komme ich alleine. Ich habe heute die Uni bis zum Start. Das gefällt mich interessieren, für vielleicht du Bachelor Fashion Design zu machen, weil nicht wie in Paris, wie in Paris ist extrem traditionell. Du bist wirklich gedreht, du bist darauf vorbereitet, für die großen Mödenhäuser, für du, Collectionen zu machen. Und ich wüsste nicht, ob ich wirklich das fertig will, weil ich gerne mehr Kreativität und ohne irgendwelche Limite gesetzt zu kriegen, in diesem Bereich zu gehen. Und da wäre vielleicht, du als Belgisch, auch viel mehr freischaffen in Berlin, das ist extrem modern da dran. Und Basel wäre auch extrem fresh, wenn dort vielleicht ein Mensch geht. Also Bachelor Fashion Design, würde ich sicher machen, und vielleicht noch ein Master und Management, für das noch besser zu verstehen. Falls nicht, und nicht so mit Fashion, sind das einfach, so in dem Management Bereich, aber, kann man da vielleicht in einer anderen Firma irgendwie nicht schaffen, weil man das mit Fashion nicht mehr so machen. Aber ja, also ein Fashion Design Bachelor, und ein Master, guck mal, was man so, was man so könnte. Ja. Klar, du sagst denen halt, ob wir irgendwie, Leute, spät, an der, an der, an der Karriere halt schon, an der Schulkarriere, so ist es entschieden, sich zu ändern. Was, auf alle Fall, egal was du in der Zukunft bist, du bist, egal wo es geht, du bist, 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 egal was in der Zukunft bist, auf dem Label, der größte Hits geht, wo es geht, wo es geht, wenn du bist, oder ob ich vielleicht, eine andere Brand grimme, oder so, weiß ich auch nicht. Ja, kann gut sein, dass man im Studium, auf dem Label, zu riesig groß macht, wenn du nichts anderes schaffst, also, auf alle Fall, ist das kein Verlore Zeit, gut nicht. So, so, vielen Dank, vielen Dank, wenn du überhaupt nicht bist, an das Interview, und wenn du willst, kannst du gerne die Glieder ein bisschen fürstellen. Kann ich mal. Ich habe schon ein paar Sachen rausgeholt von den Freire-Kollektionen, also von den Kollektionen, die ich schon rausbekommen habe. Ich finde so, ich fange nach, mit der aller echten Szene, die ich gemacht habe, das ist der Halt-T-Shirt, der Gesellte nach, auch der Russell-Tag vom Druckmichter, also den Druckmichter, den hat man Russell zusammen geschafft. Und so hat dann ein bisschen angefangen, mit dem T-Shirt, den Hörnergrund, und da steht, this is what Fancyness looks like. Das war ein bisschen so Fancyness-Kollektion. Ich war an dem Moment ein bisschen an dem Vibe von so 90er Jahre, hatte ich mit den Farben so Move und Turquoise-Blo. Ich finde, bis zuerst den Prinz-of-Berlair-Zeit ein bisschen kennt, und ich wollte den Vibe ein bisschen catchen, und ich habe mich dafür entschieden, den Kunstweg zu holen, und auch ein Label draufzuschreiben, und sagen, Move-Fade. Das war am Anfang die erste Kollektion, die erst ein bisschen wie schnell entstehen, dadurch, ich verstehe dich hier mit dem Thema auseinandergesetzt. Also, ich wollte ein bisschen Fancyness rüberbringen, eben ein bisschen mit der Farben, das Spiel, das Vibe, der Umfang. Ich fand das T-Shirt immer bass, aber von der Idee, von dem Konzept hier war es noch nicht komplett krass, aber ein bisschen in dem Genre. noch kommen zu dem heutigen Team, das war mit der Snake Collection. Da habe ich mir auch das Tattoo von der Schlange gleichzeitig einfach für das Thema mit der Snake rüberzubringen. Für mich, Schlangen sind diejenigen, die extrem respektiert gehen, auch wenn sie, wenn ich Snake auch zum Beispiel mit verrät, also, Verbind für mich, die Verwandlung ist, dass eine Schlange in denen wird extrem respektiert geht. Ich wollte das weiter rüberbringen. Und wenn ich mit Leuten spiele, wenn ich zum Beispiel mit Leuten spiele, dass die Leute dort sind, die Kollektion am besten davon tun, werde ich zum Beispiel nicht nur verziehen, weil ich immer die neue Kollektion die beste lassen, aber das Feedback finde ich extrem, extrem gut. zu kommen. ja, ich finde zum Beispiel auch auf die Leschkollektion ein bisschen zurückzukommen, da war zum Beispiel den Heute Plover und das war die erste Woche, wo ich mich mit dem Thema Fashion Design wirklich auseinandergesetzt habe, weil ich wollte den Plover, den Anfangen normalen Plover selber verändern, dass der Plover auch ein bisschen mehr extra ist. Nämlich schon heute den Bauch waschgeschnitten, eine neue Bauch für den Hoodie besser aneinanderzusetzen und den Fit des Hoodies zu verändern. Und das war so die erste Woche, wo ich von Graphic Design und Fashion Design gegangen bin, für mich mit einer Beatsmaschine zu schaffen. Und da bin ich auch ganz dankbar mit meiner Familie, die mir für mein Geburtstag eine Beatsmaschine geschenkt hat. Weil nicht jeder in meiner Familie war so, okay, wenn ich eine Beatsmaschine bin, ich kann einfach wissen, dass es dort wird. Und noch mit dem Studium, das ich will machen, dass es dort wird. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass ich den Plover den Bauch geschnitten habe, so geht es halt in der Form ofit, von einem longsleeve, mit der Qualität von einem normalen Hoodie und eben matt kaputt. aus. Das ist die nicht mit diesem Gut im H von Ich liebe es.